Willkommen zurück zu der NTD eSports Boys mit Janik und Basti. Heute bin ich auch mal wieder dabei. Matthias, schön, dass du dabei bist. Janik, wir spielen die neue Welle, die vierte Welle, neue Strecken und so weiter. Es soll eine richtig geile Strecke geben. Content hier bei Mario Kart. Wir müssen lauter reden. Grandpix. 100 CCM. Und ich nehme den neuesten Charakter. Ich nehme auch Yoshi, aber die hat verschiedene Farben. Oh, guck mal, wie geil Lila aussieht. Lila sieht voll geil aus. Das ist eigentlich nicht immer so geil. Das ist das erste Mal, dass wir... Die ihr mich kennt mit hellblau und Yoshi. Wir kennen es mit Yoshi auch. Oder soll ich mal richtig Krampf einfach Waluigi nehmen? Waluigi und der... Ja, dieses... Und der Tausendfüßler. Ja, so richtig gut sein. Was die Profis nehmen, ja? Ja. Ich nehme das. Ja, du kannst immer besser eins zurück. Ich will die Profis nehmen. Dann nimm doch. Ich habe aber nicht Waluigi. Du willst Waluigi nehmen? Achso, dann geh zurück. Du musst... Wo ist hier Waluigi? Na los, weiter. Ja, ne? Das war der. Komm, ich will die neue Strecken sehen. Was ist? Komm, sieben. Neue Strecken. Neue Strecken. So, nach oben, nach oben, nach oben. Hier, die hier, oder? Ne, die hier. Ne, ne, ne. Die hier. Ja, die und die, okay. Die zwei? Oh ja, die, die, die K... äh... Okay, nehmen die. Let's go! Leute, diese Kombi, die ich gerade genommen habe, die spielen nur die Pros. Waluigi mit diesen Tausendfüßlern. Ja. Ja. Online sieht man die oft. Ja. Wollt ihr mal ausprobieren? So, Amsterdam, die Städte, die gefallen mir nicht so. Diese World... Oh, hoffentlich! Ja! Das ist alles gleich. Das sieht aus wie Paris. Stimmt, das sieht aus wie Paris. Das sieht aus wie Paris. Leute, das ist ganz... Ein bisschen anders jetzt. Ich hab meinen Tänel! Ah! Ja. Kommt mit Massentieren alle aus. Okay, weiter. Ja, als hätte ich mein Bion verlaufen. Ja, das ist verbraucht. Oh! Ein bisschen aus Mario Kart rausgekommen. Ich bin nur bei dir. Oh! Nein! Oh! Ich bin festgegangen. Mit der ersten Grüne habe ich dir deine Grüne weggenommen. Ja! Das ist ja echt gut, diese Kombi! Oh, was machen? Ja, ich bin ja die Kombi! Oh, was machen?! Das wird sonst immer so immer grün, loschen. Mit der Säure. Mit der Säure. Du hattest eigentlich so eine Belange hätten können. Ach! Matthias? Oh, ich dachte schon, war das schon. Bin immer noch mal jetzt sein. Nein, wie geht es denn schon? Okay, ja warum nicht hier unten? Ich würde nicht in den Kanälen von Amsterdam schwimmen wollen, glaube ich. Was ist denn da? Was ist denn da? Wir haben keine Landkarte. Ich bin fünfter, was soll die Karte? Was du jedenfalls immer mehr als dritter sein solltest. Mindestens. Warte. Das ist auch nur hunderte. Das ist auch nicht so. Das ist auch nicht so. Ich schleiße den als Stern bei mir. Die verkehrt rum. Nein, ich nehme meine alte Strecke. Ja, wir fahren jetzt wieder verkehrt rum. Aber es gibt ja wie gesagt bei jeder Marokat. Tourstrecke. Mann, Digga. Nur weil ich einmal rausgefallen bin und sehe dich wieder. Oh nein, das ist schon bald. Was ist der Klischeehaft mit den Pulpen? Großes Ziel, Großes Ziel. Wir nehmen nur noch den Käse. Haben wir den Käse schon gesehen? Nein, bitte nicht. Ich habe die Karte. Was mache ich? Bin ich falsch? Bin ich fertig? Bin ich richtig? Was schaffst du noch bitte? Hast du noch? Es tut mir leid. Du bist ein bisschen eingerostet, oder? Wie gesagt, die gefallen mir nicht so sehr, diese Wohl. Ja, guck mal. Wir mussten über andere abbiegen, das hatte ich. Alles gut? Ja, gut. Deswegen gibt es aber eine Schlemme. Also gar nicht. Ah, das sieht schon netter aus. Mhm. Sieht chillig aus. Ich glaube, das ist ein Game Boy Advance gewesen. Bitte, bitte. Ja, ich hab... Jo, ich hab perfekt. Okay, ich bin dritter. Jo, was ist denn das? Ey, die lag drum. Die laufen rum und wieso haben die... Im Mund haben sie noch mal ne kleine oder was? Ein Pilz, ein Pilz. Das heißt man kann die abgeschissen, und wenn man die abgeschossen hat kriegt man ein Pilz. Boah, das ist echt schon. das das die zweite Liga die Bekommissionen das war bei mir die die das gilt das ist die Komponente erbiert die Städte seitdem die Klinik wenn die Gäste haben auch andere Alte und die Zahnsehner haben Komm schon. Nein! Du hast so viel Glück. Nein! Oh mein Gott. Was war dahinter? Nein! Eine Banane. Oh, da ist der Pilz. Oh! Nein, warum? Warum, Mati? Ich weiß nicht. So, eine Runde noch. Also die Strecke gefällt mir schon mehr. Es gibt leider kein Anti-Gravity. Aber ist ja klar... Oh! Oh, Basti hat auf 1 und 2 gewonnen. Es tut mir leid, Basti. Es tut mir leid. Mann! Es tut mir leid. Es tut mir leid, Basti. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es ist direkt auf mich losgegangen. Oh, warte. Ich mach die Crazy 8 voll. Hast du eine 8, ja? Boah, ich hatte eine. Was? Doch, ich hatte eine. Oh, okay. Oh, okay. Haben wir irgendwie die Abkürzung schon gesehen? Haben wir die Abkürzung gesehen? Ja, Janu, du hast doch schon mal über den Gras gesehen. Was? Da kommt ein Stachli. Ja. Ja. Ja, perfekt. Oh! Nein, ich bin noch zu weit weg. Ich bin immer noch der erste, oder? Aber vielleicht der Rote? Ah, shit, 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 shit. Das ist gut. Stachli und der Rot, klassisch. Das ist gut. Ich bin noch der dritte. Ich bin noch der dritte. Aber ich hab die ganze Zeit fast Janu immer überholt. Mhm. Hast du dann schon gekämpft mit dem, gell? Ja, der war richtig krass. Der war richtig krass. Der Janek? Ja, Janek. Ach ja, die war's. Warum sehen wir da alle so komisch aus? Ich kenne dich von der Wii. Echt? Von der Wii? Nein. Ach so, von der Wii. Von Double Dash. Da bin ich nicht. Nee, nee, da bin ich ja gegen Kug. Aber ich glaub, es ist Double Dash. Ey, Double Dash. Wovor flieg ich hin, Jungs? Ich denke nicht. Aber welchen flieg ich hin, Jungs? Ja, ich hab's super. Ja, da bin ich. Oh, ich hab's super. Oh, komm mal weg. Nein, ich krieg nicht das Double. Und du hast es natürlich. Und ich krieg mal Münze. Wer kann, wer kann. Nein. Oh. Kann man hier alles, Dig. Ich krieg nicht das. Und du hast es natürlich. Und ich krieg mal Münze. Wo du richtig machen kannst. Und ich brauche das. In deinem ganzen 7 molé. Aber ich kann es mir tun. Dieicas ist wieder sicher. Ja, sie Obsessä. D argumentieren. auch der will gerade hier guckt Matthias hat einen riesen Abstand was die kommt dritter Platz oh ich mach die Dreckste tut mir leid oh was ich krieg ein Goldbild wie viel Glück wird man haben ich hab alle geoffen damit ich eine Hupe kriege nein ich hab zwei auf einmal geoffen oh hier oben kann man was kriegen nein nein ich hab das vergessen oh was mach ich ich bin Achter ey ich hab nicht gesehen dass du sowieso so nah an mir bist sonst hat man glaube ich diese Linie nicht gemacht Achter Leute was soll das oh nein oh nein bitte kriege ich die Schöße gleich dazu ja ja vielleicht kriege ich die Leitze ich glaube ja 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 so viel Glück was die Nummer oder sagen was ist das ich hab so ein bisschen blöde Stange kommen oh 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 ich hab's nicht mehr Nein ich bin nicht 2 Basti, gib Gas! Oh Mann, 3. tut weh! 8. tut weh, Digga! Die Zeichnen waren schön! Das ist die 1st dafür gemachte Strecke, gell? Die allerersten! Nirgendwo sonst! Das war gemacht für Mario Kart 8. Oh, was ist denn? Ist das so gut, ist das? Wir haben leider keine Mannschaft. Wuhuu! Das ist so krass! Mein Digga, was soll ich denn? Das ist so krass! Das ist so krass! Oh, die Kräfte kenn ich noch von... Von... Nein, nein, von... Dieser geil... Buddy, 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 Buddy! Ja, ich... Das war beim Arm sehr gut! Das ist so krass! Das ist so krass! Das ist so krass! Das ist so krass! Was ist das? Was denn? Ein Monster! Ja, nein, guck doch mal! Eine Münze! Meine Münze! Guck doch mal! Ah, du hast mir auch schon eine Münze! Was bringt dich? Das ist wahrscheinlich nur mit einem... Achso... Ich bin der Erste! Hä, was war mit dir? Wo bist du auf einmal? Keine Ahnung! Wer war das, hä? Ich? Hey, die zwei habt mir zugenommen! Ja! Ich bin auf irgendeinem Teil! Ich auch! Ich bin auch auf irgendeinem Teil! Oh! Tut mir leid, Basti! Ich dachte, wir sind so dann im Team! Uhhh! 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 Komm, ich hab nichts gegangen! Uhhh! Uhhh! Wieso bitte... Die Strecke... Nein! Ja, bitte so viel... Ja... Dass man gar nicht weiß, wie man genau gucken soll! Boah, sehe ich... Und dann auch noch mit so einem... Schnell! Genau, die höchste sind die auch schon gewesen! Die normale Mäste! Ja, ja... Ja, ja... Ich hab auch schon gesehen! Bitte nicht, komm! Bitte! Und wo war die Abflüsse? Wie viel Pätschen wir mal haben! Hier! Das ist hier keine Abflüsse! Doch hier, guck! 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 Ah ja, da war eine! Die hab ich auch davor gesehen! Guck, guck, guck! Oh, bitte nicht, bitte! Uhhh! Achso, stimmt! Die sind über die... Let's go! Es geht noch weiter, du! Mach! Nein! Nein! Was ist denn so? Nein! Ach, was ist denn... Ich steh nicht in den Weg! Ich steh nicht in den Weg! Der... Da ist der Scheiger hier! Ich steh nicht in den Weg! Ich steh nicht in den Weg! Ich steh nicht in den Weg! Das tut's nicht leid, oder? Oh! Nee, da war schon! Uhhh! Kannst du was abgeben? Der Rote! Der Rote! Der Rote! Der Rote! Der Rote! Komm schon, Bödo! Ich hab mich geflüchtet! Oh, Bödo! Mann! Oh, oh, Gott! Was ist das passiert? Was ist das passiert? Fällt man da nicht runter? Wenn der Rote! Keine Ahnung, was ich auch... Oder ist es gepitscht? Nein! Wo ist hier die Abflutze? Ist hier rechts oder sowas? Du musst da geradeaus weiterfahren, damit du von der Strecke runterkommst. Ich bin der Ritter! Ich bin der Erster! Auch im Gesamtcup! Oh nein! Ich bin der Untertud! Hoffentlich habe ich zum nächsten Cup! Weißt du nicht, was ich von der Strecke halten soll? Warte! Ist ganz gut! Warte! Warum soll ich nicht warten? Die Ergebnisse anzeigen! Wir kennen die Ergebnisse! Liebe Leute, dann machen wir gleich die nächste Strecke! Ciao Leute! Hoffentlich kann ich diesmal gewinnen! Bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Video! Tschüss! 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 Tschüss!